Willkommen zurück und damit zu einer neuen Folge, ups, wir unterbrochen. Okay, so geht das schon mal gut, wa? Ja, ziehen wir die Haut ab, aber auf jeden Fall, willkommen zurück zu Folge 10, Lecker! Ja und der Penner erpresst uns die ganze Zeit nur, würde ich sagen. Ah, das Symbol. Hm. Satisfied? Na? Ja. Es gibt noch eine andere Sache. Das ist einfach. Du hast es vorher schon gemacht. Aber erst, wenn die Mutts die Symbol, er wird dir direkt wo du musst. Na? Okay. Ist das diese besagte Höhle endlich? Na los? Okay, kannst du jetzt nicht da rein? Ist das nicht dein Ernst, oder? Ah, wir schicken den Hund rein. Auch gut. Jetzt würden wir da nicht durchkommen, oder? So bescheuert. Oh Gott. Wo ist unser Hund? Komm her! Wo ist denn der? Der Arme. Und da hinten ist er. Ich komm schon zu dir. Oh Mann, der Arme, der hat sich ja gerade da drin richtig erschrocken. So, warte. Nee, warte. Wir geben ihm nochmal ein Leckerli. Das ist das Beste, was wir tun können. Den Hund nochmal ein Leckerli geben. Ja, du hast es wirklich das Beste zu tun können. Hihihihi. Ja, guter Junge. Sehr gut. Gutes, guter Hund. Jetzt folgen wir ihn einfach ganz normal. Bang. Ich werde sein. Se kommt direkt mit einem Ideal abonnt. Aber ich werde dich sich nicht besser gobiernouggen, da wird unbedingt fliege sein. Katja mal- Ich werde dich bezahlen, was du getan hast. Ich habe mich selbst verletzt. Ich war so schwer, wie ich war. Ich habe versucht, einen Mann zu schrauben, aber das ist alles gut. Keine Bewegung. Was? Wieder? Just stand still, Ellis. Crouch. Stand up. You're not listening, Ellis. So you choose to ignore me. Fine, so be it. But boy will suffer the consequences. You see, Ellis? You had a choice. You could just do what you were told. But you kicked, scratched a bit. And for that, you'll pay. Some things are just unique to be defied. We're like birds caught barbed wire. The more we struggle, the deeper the spikes go. The only way to end your suffering is to surrender. So your only solution was to just give up? I moved beyond what I once was. Naja, ist ja gut, Hund. Oh, er hat was gefunden. Okay. Okay. I don't like to look at this buddy. Now one bit. So what is it? Another body? What would you like to know? What? I don't... I don't understand. You're almost there. Almost free. Just one more step. That's all it takes. You want me to... Kill myself? I give you what you wanted all these years. You know. I killed the dog. And buried it. What? Oh, fuck you, no! Oh, it'll be quick. Think about it. I could lift you a knife. No, I will not kill Bullet. But this... This is where you draw the line. A fucking dog. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Oh, you brought this on yourself. On the boy. Stop hiding behind a child, you coward! God damn it! What the... No. That's... That's impossible. What is that? Bullet, no! Okay, we're going to run. The explained... Bullet. Then, komm out of here. You can run here, come out of here, come out of here. charcoal, MOE! Ja, du kannst ja da unten, warum kann ja nicht hier runterspringen, was ist denn das? Bist du besoffen oder so? Spring doch mal da runter. Hier, auf den Stein runter. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh nein, was ist mit unserem Hund passiert? Warum ist das passiert mit dem Hund? Der ist halt weggerannt und dann runtergesprungen oder was vor Angst? Und er hat sich dabei verletzt. Bruder, das war's doch. Also, das wird alles gut, Bullet. Das wird alles gut. Bitte verlass mich nicht, Hund. Bitte nicht, Bullet. Wie lange noch? Da steht irgendwas. Kannst du aber nicht lesen. Lie, Lüge. Oh, 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 oh. Das ist aber wirklich ein krasses Stück hier. Okay. Lüge. Dauerschleif oder was? Bin ich das schon wieder? Okay. Okay. Okay, wir leben hier in der Dauerschleife, wie es ausschaut. Lie, wieder Lügen. Nochmal. Müssen wir den Hund absetzen oder was? Ah, siehste. Wenn wir den Hund ablegen, ist er dann tot oder was? Das kann gut sein, wa? Wie wow ist das, Handy? Er wird langsam noch ohnmächtig, kann das sein? Ja, ja, es ist alles so verschwommen und dann irgendwie so. Komm schon, das schaffst du und L ist du auch. Komm, wir schaffen das. Bitte gib nicht auf. Please. Gib nicht auf. Wir schaffen das gemeinsam. Bis ihr beide umfällt. Umfällt? Umfällt. Nein, es ist nicht. Komm schon. Komm schon, das schaffen wir doch irgendwie, oder? Also, wenn wir Chinesen hätten wir den schon lange gegessen, boah. Was stimmt nicht mit dir? Ganz ruhig bin hier. Ich bin bei dir. Ruhig, mein Junge. Die Hexe spielt mit uns. Und der Kava ist bestimmt in der Einbildung von uns selber, kann das sein? Setz den Hund ab. Lüge, 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 Lüge. Nein, wir setzen den Hund natürlich nicht ab. Wenn wir ihn absetzen, ist das bestimmt sein Tod. Hundertprozentig. Oh, das kommt aber näher, wa? Er verdrückt uns schon so ein bisschen. Ja, wir durchbrechen langsam die Schleife. Oder? Wie lange müssen wir das machen? Die Texte sind ja auch immer die gleichen. Das ändert sich einfach gar nichts. Müssen wir den Hund wirklich absetzen? Wären wir jetzt von dem Spiel gezwungen, den Hund zurückzulassen? Ach, das ist doch kacke. Wenn es nach mir geht, würde ich jetzt hier die ganze Zeit mit dem Hund laufen. Wirklich? Nein, kannst du nicht mal. Aber diese Einflüsse werden, glaube ich, immer stärker und stärker, oder? Na los. Komm, Spiel. Lass mich eigentlich raus. Ja. Das ist immer alles schwächer. Ja, perfekt. Das wird, glaube ich, jetzt immer schwächer und schwächer und schwächer. Vielleicht kann ich gar nicht mehr rennen, ne? Alice. Boyd. Wo ist unser Hund? Wo ist er? Hey, komm, wir haben so hart gekämpft. Wo ist er? was wenn noch niemals eine frau umgebracht am streit oder von hier sind wir gekommen genau so okay wo muss man lang ich verstehe es kann echt null wo müssen wir lang laufen so ein schlechter kreis ok man ein sms was kann die nicht aufrufen keine sms anruf ja gott damnit ellis i've been trying to reach you for hours anyway i just wanted to say that we're dropping the search it's nothing personal but hey you left him there to die it's only fair you die alone out there as well goodbye ellis what the fuck uh-huh wow was ist das Ah, das ist ein Fake Ah, nicht mehr, der Baum Wo ist denn unser Hund? Hund? Hund, wo bist du? Bullet? Was denn jetzt? Sind wir eingeschlossen oder was? Ja, ist ja gut Sieh nach oben War das eine Spinne? Oh, ich kann es nicht mehr nehmen, mach es stopp! Work, dammit! Ich kann es nicht mehr nehmen, mach es nicht mehr nehmen Was ist hier los? Das ist vielleicht mit dem Ding hier besser? Ich weiß es nicht, ich seh noch nix Hier ist ein Baum Okay, gut Leute, ich riskiere es einfach hier an der Stelle und speichere ab Und hör auf Leute Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Zum nächsten Mal wieder Ja, und wisst ihr was? Irgendwo, ich glaube entweder hier oder da und da Präsentiere ich euch noch zwei Videos, die ihr euch anschauen könnt Und in der Mitte ist der Kreis, da drückt ihr drauf, da könnt ihr mich nämlich abonnieren Ja, genau Und irgendwie links und rechts sind einfach weiter folgende Videos Einmal von meinem Rhythmus, glaube ich, ausgesucht Und der andere ist dann dafür da, dass ihr einfach das nächste Video schaut Glauben wir aus der Reihe? Kann sein, weiß ich nicht Okay, macht's gut, bis dann Euer Damir, Eike Bärenkorte Adieu und ciao, ciao! Ciao!